Das ist der neue Slogan des neuen Citroën C4 Cactus. Sechs Wochen vor der exklusiven Deutschland-Termiere hat Erik Leder und sein Team von der Niederlassung München es geschafft, für ein außergewöhnliches Auto die perfekte Vorab-Premiere zu planen. Freuen Sie sich auf ein perfektes Rahmenprogramm mit DJ John Munich & Friends, ein perfektes Barbecue und natürlich ein außergewöhnliches Auto braucht eine außergewöhnliche Location. Liebe Citroën-Freunde, ich sag dazu nur, love it, hate it, try it! Love it, ich finde das Auto, vom Außendesign her, die Individualität mit dem R-Bump, dieses ist eigentlich das einfach geniale, I love it! Liebe liegt in der Luft, jetzt kommt der Sommer, alle sind verliebt, passt! Ja, ich meine, es ist ein schönes Auto. Der Leonardo-Slogan ist feeling good und love it, feeling good. Wir sind sehr stolz, Citroën ist eine gute Marke, ist ein sehr guter Partner. Ich hasse gar nichts. In meinem Alter hasst man nichts mehr oder man hasst die Welt. Ja, Trantüten im Straßenverkehr. Wenn Leute irgendwie völlig unkonzentriert sind und den Verkehr aufhalten, das kann ich überhaupt nicht leiden. Das finde ich auch toll, würde ich auch gerne, ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit dazu, aber den würde ich gerne mal fahren. Das werde ich mir sicher mal für ein paar Tage ausleihen und probieren und dann schauen wir mal. Das ist ein gutes Zeug. Ich kann einfach alle Münchner nur einladen, einfach dieses außergewöhnliche Fahrzeug einfach mal kennenzulernen und einfach Probe fahren. Und dann werden sie merken, es ist was Außergewöhnliches, aber was Gutes Außergewöhnliches. Untertitelung des ZDF, 2020